Egal, ob du mit deinem Hund spazieren gehst, zur Arbeit gehst, den ganzen Tag als beschäftigte Mutter unterwegs bist, ins Fitnessstudio gehst oder einfach nur einkaufen gehst, es spielt keine Rolle, was du jeden Tag machst. Wichtig ist, dass jeder Schritt, den du machst, dir jetzt Geld verdienen kann. Wir alle führen geschäftige Leben und sind ständig auf die eine oder andere Weise in Bewegung. Nun, was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du diese täglichen Schritte in echtes Einkommen umwandeln kannst? Ja, du hast richtig gehört. Es ist an der Zeit, dass deine Bewegung zählt, und wir haben die perfekte Lösung für dich. Hier ist die SunMoney 360 App. Ein Game-Changer, mit dem du Geld verdienen kannst, indem du einfach gehst. Stell dir vor, du verdienst Geld, während du das machst, was du ohnehin jeden Tag tust. Das ist ein echter Gewinn. Um loszulegen, musst du nur den Link unter diesem Video klicken oder die QR-Code einscannen, um die App herunterzuladen. Jeder Schritt, den du machst, wird zu einem Teil deiner Reise zum Einkommen. Es spielt keine Rolle, ob es ein kurzer Spaziergang oder ein langer ist. Jeder Schritt zählt und kann deine tägliche Routine profitabler machen. Also, worauf wartest du noch? Klicke auf den Link, lade die App herunter und lass uns deine Schritte in Einnahmen verwandeln. Denk daran, es geht nicht nur ums Gehen. Es geht darum, mit einem Ziel zu gehen. Dem Ziel, Geld zu verdienen. Begleite uns auf dieser aufregenden Reise und lass uns jeden Schritt zählen. Bis zum nächsten Mal, weitermachen, weiterverdienen und mit SunMoney 360 weiter strahlen.